Die Straße, den Berg hoch, wird schwer bewacht. Wie lautet der Plan, Sam? Ich klettere ab jetzt. Mach den Hubschrauber klar für die Exfiltration. Schon dabei. Sam, ich hab den Einsatzoffizier von Lager Delta. Paladin, hier spricht Gridiron. Bitte komm. Gridiron, hier Paladin. Ich brauch ein Lagerbrecht. Komm. Habe unzählige Kontakte zu Fuß und in Fahrzeugen. Stehe während wir sprechen unter Beschuss. Warten Sie! Es gibt Befestigungen und koordinierte Gegenangriffe. Wir stecken gemächtig in der Scheiße. Komm. Glauben Sie, die wussten von dem bevorstehenden Angriff? Komm. Definitiv. Keine Sorge. Die machen wir fertig. Gridiron Ende. Ah, klar. Machen wir hier einen auf Assassin's Creed. Ich weiß noch nicht, wo lang, aber okay. Ähm. Muss man nicht verstehen. Achso, hier lang. Ach, da lang. Bin unter der Brücke, die es im Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Ah, schön. Ich vergleiche. Wodl, wie lang. Ich geh pred got�. Oh! Komm herz! Boll! Ja, 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 ja! My come. Gives! haben wir hier ein paar verstecken wo wir die hier hin verstecken können nein wo 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 no ah Ok, ok. Hä? Kann man hier nichts machen? Hey, hier haben wir nichts zum Sammeln. Schade. Guck, guck. Ist doch schon viel besser. Alter, dein Ernst? Ja, ist doch clever, ne? So muss man nicht die ganze Zeit oben rumlaufen. Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Okay, boys. Ah, verdammt. Es sind nur noch zwei Schüsse. Okay, von da kann keiner kommen. Ja, komm her. Komm zu deinem Bro. Oh, verdammt, da kommt auf einmal so ein dicker, ey. Okay, ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Oh, komm her. Warum schießt er nicht? Hä? Ich hab doch... Ey, ich check das nicht, warum... Hä? Ich hab doch geschossen. Ups. Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Ja, komm du auch. Okay. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Sie mal nach. Ich seh ihn! Alter! Ey, das... Hä? Das gibt's nicht. Ich hab den... Boah. Boah, Spiel. Langsam reicht's, ne? Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Alles cool, bro. Alter, irgendwie will mich das Spiel verhaschen, oder? Ja. Komm. Ach, echt neue Munition, ey. Ja. 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 Komm! Alter, das gibt's nicht, egal was ich mache, irgendwie kommt da immer ein Nüppel, ey. So, wie machen wir es? Ich habe eine Nummer, die wir nicht mehr finden können. Ich weiß nicht, dass ich die Führer nicht mehr verabschiede. Ich weiß nicht, dass ich den Führer nicht mehr verabschiede und den Führer nicht mehr verabschiede. Ich weiß nicht, wo ich bin. Komm und hilf mir suchen. Okay. Hier lang. Komm her, wir müssen suchen. Äh, ich lasse. Der Heimringling muss noch hier sein. Der Heimringling muss noch hier sein. Ich werde den Kanal wiederholen. 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 Schon was gefunden? Hier ist nichts zu sehen. Der Dicke macht mir Kopfschmerzen, ey. Er hat einen Hund erledigt. Sucht weiter. Ah, sorry. Ich konnte nicht anders. Hier. Nein. Alter, das gibt's nicht. Nein, komm heran hier. Ah, das ist schlimm, ey. Oh, ich auch nicht. Wir sollten uns verteilen. So sichern wir einen größeren Bereich. Oh, der Dicke, ey. Hm? Komm jetzt du auch noch. Dann kann ich Ausschalten machen. Oder du kommst alleine hin. Tschüss. 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 Oh, das ist gut. Gut. Was? Ich verstehe nichts. Okay, dann los. Echt jetzt? Wo ist der Dicke jetzt hin, hä? Ich geh jetzt nicht sterben wegen, weil ich den übersehen habe. Okay, eigentlich kann man den ja auch nicht übersehen, weil der atmet ja so schwer. Alter, was ist denn mit meinem Aiming los heute? Ich bin da zu fett für Türen. Was ist das? Noch nicht? Fahr, rürg... Ey, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der Dicke. Guck, guck. Und da ist er. Hm? Jo. Jo. Da war noch einer, genau da. Siehst du was? Nichts, hier ist gar nichts. Ähm. Ähm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, dann hier. Das macht ein bisschen zu viel Krach. Okay, ach, wir müssen ja eh hier runter. Okay, gut. Haben wir das geschafft? Gibt es Neuigkeiten von den anderen Teams? Nein, ich vermute, dass sie absolute Funkstille halten, um die Operation nicht zu gefährden. Weinst du oder du weißt? Ich hab ja eh keine mehr, oder? Genau. Genau. Sam, es sind nur ein paar Gegner dort. Anscheinend hat sich der Rest zurückgezogen und verschanzt. Dann bewachen sie etwas. Ich nähere mich also meinem Ziel. Ja, dann sind wir mal gespannt, welches Ziel. 1, 2, 3, 4. Wumpf! Okay. Der sieht den, der sieht den und der da läuft alleine. Gigi? 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 Ja. Der hat einen Kopfschuss, Kleiner. Wow, was mache ich denn? Boah, ich hasse das, wenn ich den falschen Knopf drücke. Oh, da drückst du einmal den falschen Knopf, ey. Einmal den falschen Knopf. Süß. Es ist ein Namen. Ich habe den选en zu. Marg miał ein Mal. Ich habe alle. Helmat habt, dassest du also irgendwie nichts zu erscheinen ist. Kann du jetzt um, was작 alleine anruhe? Kannst tempsdam? Wie ist das? Was endlich. Lange, etwa correct? Werfdecke, wenn es sind au� reach stolen? Das ist locker, das benefit. Ich bin ja für mich dein Leben stärker. breathing teuer. Wo ich mich wirklich Dustinял provisionsdan? So, jetzt machen wir es mal richtig taktisch. Nein! Ja, auf immer da hin zu machen. Ja, ja. Bam! Ach, komm! Fuck, auf, ey! Das gibt es doch nicht! Ich spiele auf normal! Das Spiel tut ja so, als wäre das hier, äh, realistisch. Okay, ich sollte, äh, direkt erst mal nach da oben gehen. Hm? So. Wollen wir uns jetzt erstmal den Nippelflitzer hier oben Fertig mit dir Oh Oh Hey, nix, wach auf Mann ausgefallen, die Schüsse kamen von da Woher, ohne Scheiß, woher wissen die eigentlich, woher die Schüsse kommen, wenn er überhaupt gar nicht in die Richtung geguckt hat Jetzt mal ohne Witz, ey Okay, jetzt riech ich langsam Wir sind eigentlich viel zu schnell Komm, komm, komm Ich flippe gleich aus, ich flippe gleich aus Ich flippe gleich aus Äh So voll Zack Ne, das ist ne Kiste, kann ich hin, nein Ich mein, wir könnten auch, äh An allen vorbeilaufen, ne Auch was Nein, könnten wir natürlich nicht Genau da einer stehen muss Ah, der eine sieht auch Gigi, ja Nein, nur einer von euch Oh, ich sag da einer von euch Schätze, da war nichts Oh, zur Fall Oh, ich sag da So Oh, ich sag da Typ, kommst du mal ein bisschen ran? Ja, du da Du Ja, ne Oh, ich sag da Alter Dein fucking Ernst Die ganze Zeit läuft er nur von da nach da Von da nach da Von da nach da Aber nie um die Ecke Und jetzt auf einmal Verstelosen gefunden Findet raus, wer ihn umgehauen hat Schöne! 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 Dankeschön! Moment, Moment! Ah, ne, wir können ja auch hier rum. So! Hä? Ach, man kann nur einmal aufladen! So, lass doch blöd! Aber so wissen wir wenigstens auch mal Bescheid! Hm! So! Oh! Ich bin über der Kommunikationszentrale. Charlie, leiten die immer noch Daten hindurch? Wie verrückt! Und die Verschlüsselung ist krass! Ich brauche mindestens fünf bis zehn Minuten, um herauszufinden, was sie da finden! Wir können nicht warten! Okay, Briggs, starte jetzt den Hubschrauber! Schon unterwegs, brauche ein paar Minuten! Achso, ja! Ja! Die muss ich schwere Kämpfe gegeben haben! Vermutlich ne Drohne! Das Ding ist getroffen worden, aber nicht in letzter Zeit! Ich seh mich mal um! Oh oh! Was siehst du? Eine Art Exekutionsraum! Ein Soldat wurde umgebracht! Miguel Garcia, Geschwader 36! 23 Jahre alt! Stammt aus L.A. Wird seit der Sache in Guam vermisst! Warum töten die ihn? Um es aufzuzeichnen! Scheiße, das ist es, was sie senden! Ich schalte es ab! Die nehmen noch auf! Verfolgt es! Okay! Die haben ein Tablet vergessen! Hab keine Angst! Ich weiß, was du hier tust! Ob du es glaubst oder nicht! Ich weiß genau, wie du dich fühlst! Denn bevor ich für eine neue Welt kämpfte, kämpfte auch ich für ein Land! Bitte! Tut mir leid! Ich will nur nach Hause! Und genau das wünsche ich mir auch! Ich will, dass all eure Soldaten wieder nach Hause gehen! Aber dein Land will einfach nicht auf mich hören! Ich hab ein Kind! Zwei Jahre alt! Bitte! Ich wuchs in dem Glauben auf, dass ein einzelner Mann die Zukunft verändern kann! Glaubst du das? Ich schon! Und ich glaube, du bist möglicherweise dieser Mann! Du wirst die Welt verändern! Indem du als Beispiel dienst! Nein! Ich meinte nicht ihn, mein Freund! Ich meinte dich! Was sollte die Warnung? Das ist eine Botschaft! Keine Warnung! Die Engineers erwarten jemanden! Was ist mit dem Signal? Ich arbeite noch dran! Sam, hast du die Drohne abgebildet? Nein! Jemand hackt sie! Gestern hat Janit auf Zeit gespielt! Es ist eine Falle! Hink da! Ich bin okay! Brakes, ich brauche den Hubschrauber! Unmöglich! Landeszone nicht sicher! Service, kommen noch mehr Raketen! Ich benutze den Haken! Fünf Sekunden! Beeilung, Sam! Die! 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 Highly placed sources have leaked code words such as American Fuel and American Blood. Ich brauche Informationen. Wie mache ich die Bombe aus den Hosen? Ich erzähle dir! Was ist das? Die! 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 Kommen Sie, wir müssen Sie auf dem! Ich komme in die Hosen! So, was ist die Geschichte? Untertitelung des ZDF, 2020